Hallo, ich war gerade Zipplinen bei Oddway Fly in Oddway an der Great Ocean Rail. Die Mitarbeiter dort waren sehr kompetent, haben einem immer geholfen. Es gab auch ein paar Fun Facts dazwischen über den Regenball, den wir gesippt leiden sind. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Vielen Dank. Vielen Dank.